Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 63.500 US-Dollar. Wir haben unser Mindest-Etappenziel erst einmal seit letzter Woche jetzt erreicht. Es war ein sehr, sehr ruhiges Wochenende. Jetzt zu Wochenbeginn bzw. heute Morgen gab es dann diesen ordentlichen Push nach oben bis auf knapp 64.000 US-Dollar. Damit, wie gesagt, Ziel erreicht. Wie es jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, auf Gold, auf Forex und etc. pp. Auch noch achten. Bevor wir jedoch starten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, könnt ihr euch gerne bei BingX registrieren. Damit unterstützt ihr mich und könnt da natürlich auch alles traden, alles Spot kaufen, alles was ihr möchtet. Außerdem bietet BingX auch immer mal wieder coole Aktionen an. Ich weiß es gerade nicht, ob ich es finde, aber am Samstag zum Beispiel war ein kleines Poker-Turnier. Da könnt ihr aber nur mitmachen, wenn ihr zum Beispiel bei BingX registriert seid. Aber kostet auch nichts, ist alles for free und sowas. Aber nur so als kleiner Tipp von meiner Seite. Ja, gut. Jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 63.500 US-Dollar. Wir hatten jetzt, das war die Analyse von letzter Woche. Noch ein tieferes Tief mit Bullish Divergence und daraufhin dann zumindest mal das Etappenziel bei 63.850 US-Dollar erreichen. Das haben wir jetzt erst einmal erreicht. Das heißt, wir können das jetzt erstmal so ein bisschen weiter rüberziehen, auch wenn es ein bisschen affig aussieht. Aber das war jetzt erstmal das Ziel. Ihr seht vielleicht, ich mache das mal ganz kurz ein bisschen rüber, dass wir hier im 1-Stunden-Timeframe noch ein bisschen Liquidität hier oben rumliegen haben bei knapp 64.000 US-Dollar. Also es wäre ganz gut, wenn wir sogar jetzt nochmal die nächsten Stunden etwas höher gehen, beziehungsweise hier so eine Art Doppeltop bilden. Dann hätten wir nämlich hier auch nochmal so eine kleine Bearish Divergence im 1-Stunden-Timeframe und würden die Liquidität hier oben bis knapp 64.500, 64.700 US-Dollar, kann ich mir noch gut vorstellen, dass wir uns die Liquidität noch holen und dann eben erst nach unten hin abfallen. Das wäre dann auch für mich das Short-Szenario, weil wie gesagt, ich bin nicht wirklich Bullish, was das Ganze anbelangt. Ich rechne immer noch mit einem größeren Dump, mindestens mal die 57.000, 58.000, das ist immer noch unser Ziel von letzter Woche. Da bleibe ich auch erst einmal dabei, wir verschieben das auch hier ein bisschen rüber. Ansonsten bleibe ich auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir die 44.000 bis 48.000 US-Dollar immer noch sehen könnten, auch wenn US-Wahlen sind. Es kann auch alles sein, dass das nach der US-Wahl kommt. Ich kann jetzt auch nicht den genauen Tag sagen, wann das kommt. Ich habe es einfach im Hinterkopf. Es sollte bei jedem im Hinterkopf bleiben, dass einfach noch ein bisschen Liquidität da unten liegt, beziehungsweise ihr auch hier unten nochmal Spot einsteigen könntet. Ansonsten, wie gesagt, kurzfristig wäre für mich jetzt das Short-Szenario, dass wir hier oben eben in die Box nochmal reingehen. Die 64.000 bis 64.700 US-Dollar ist momentan so ein bisschen mein Short-Szenario. Da würde ich gerne einen Short setzen, um dann eben eine Kursbewegung nach unten hin mitzunehmen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr die Heatmap gefunden, aber die hat auch im Endeffekt genau das gesagt, dass ab 64.000 bis 64.500, glaube ich, so das meiste an Liquidität liegt. Und dann der nächste Spot, wo die Market Maker im Endeffekt wieder hinziehen könnten, würde dann erst hier unten wieder beginnen bei knapp 58.300 US-Dollar. Und das wäre dann auch für mich oder für uns eine gute Möglichkeit, oben hin, wie gesagt, Short zu gehen und unten hin dann die Long aufzubauen, nach oben hin für einen möglichen Bullrun. Sollten die Zone hier unten dann auch wirklich nachhaltig halten. Ansonsten hat sich bei Bitcoin nicht wirklich viel getan. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen die Analyse für heute. Wie gesagt, Short-Entry wäre dann im Laufe des Tages, sollten wir hier oben nochmal reinkommen. Jetzt über Nacht, wie gesagt, ich gehe ungern normalerweise Montagshort, aber sollte sich diese Chance jetzt hier oben ergeben, macht das schon meiner Meinung nach Sinn, auch was die Liquidität etc. pp. anbelangt momentan. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier fast das Gleiche, nur dass wir bei Ethereum schon ein bisschen eher Gas gegeben haben und kein tieferes Tief mehr erst einmal gesehen haben. Trotzdem, auch hier wäre es nicht verkehrt, dass wir nochmal hochgehen in Richtung Golden Pocket. Das würde hier bei 2.560 bis 2.580 liegen. Mindestens im Best Case, beziehungsweise im Bullischen Fall, würde ich sogar 2.619 US-Dollar sagen, weil wir hier eben noch die Ineffizienz haben. Das heißt, das hier oben ist die nächste Box. Wir befinden uns schon in dieser grünen Widerstandsbox, aber die mache ich jetzt ehrlich gesagt mal ganz kurz, kriege ich die weg. Ja, die ist so lang. So, die machen wir mal hier kurz weg. Nicht zur Verwirrung. Das hier oben ist dann auch bei uns, bei Ethereum jetzt erst einmal die nächste Shortbox, auf die es hier oben ankommt. 2.560 bis 2.620 US-Dollar kann ich mir auch im Laufe des Tages gut vorstellen. Wenn Bitcoin eben nochmal diesen letzten Schwung nach oben in Richtung 64.500 US-Dollar bekommen sollte, sehe ich das bei Ethereum dann auch erstmal, weil die Altcoins natürlich dann auch wahrscheinlich erst einmal nachziehen würden. Vier Stunden Time-Frame hat auf jeden Fall noch Luft im RSI, also das passt auch noch ganz gut. Wir sind schon hier vorm 0,5er gestoppt worden, bei Bitcoin erst im Golden Pocket. Das heißt, es passt ganz gut dann auch hier möglicherweise dann hier oben dann den Short einzugehen. Ich hoffe immer erst so ganz ehrlich auf Richtung Dienstag und nicht unbedingt auf Montag, aber gut, wenn wir heute den Short-Entry bekommen sollten, solle mir das auch recht sein. Ziel dann nach unten hin, die 2.250, die haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Auch hier warte ich noch auf unseren Short-Entry. Da haben wir auch letzte Woche alles Mögliche durchgequatscht. Wir haben hier oben noch den RIG bei 2.685. Das wäre so die erste Stelle, wo ich sagen würde, okay, da können wir Short reingehen. Wir haben momentan hier keine Bearish Divergence. Wir haben sinkenden RSI mit einigermaßen stabil bleibenden Abverkaufsvolumen. Trotzdem Chance nach oben hin nochmal diesen Push zu bekommen, wäre gar nicht so verkehrt, vor allem wenn das im Nahost nochmal eskalieren sollte. Und weil Israel, glaube ich, auch noch einen Gegenschlag erwartet, beziehungsweise angedeutet hat und Iran sich schon ein bisschen vergewissert hat, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nochmal diesen Peak nach oben hinbekommen und dann eben diesen Puffer nach unten hin. Long-Position läuft weiterhin. Short-Position ist dann hier oben in diesem Preisbereich möglich. Gehen wir rüber zum DAX. Hier haben wir unsere Long-Position knapp verpasst. Ich wollte die Long-Position verdoppeln. Ziel war hier unten die 18.900 Punkte. Wir sind auf 18.950 Punkte gefallen. Superklasse. Ja, müssen wir jetzt erstmal warten, ob wir vielleicht zu Wochenbeginn nochmal so einen kleinen doppelten Boden bekommen sollten. Dann werden wir auf jeden Fall die Long-Position verdoppeln. Ansonsten warten wir erstmal ab, was jetzt so im Endeffekt die Woche passiert, beziehungsweise was unser nächster Short-Entry oder möglicher Short-Entry dann sagen würde. Denn wenn es danach geht, haben wir hier zwischen 19.280 bis 19.380 Punkten nochmal ein ordentliches Short-Cluster. Einerseits, um nochmal ein tieferes Hochzubilden. Andererseits sektiertes Golden Pocket und eine Ineffizienz. Also das sind auch so die Punkte, auf die wir heute mal so ein bisschen achten sollten, ob wir da nochmal hinkommen. Ansonsten, wie gesagt, Verdopplung unserer Long-Position hier unten bei 18.900 Punkten. Short-Position dann angedacht zwischen 19.280 und 19.380 Punkten für den heutigen Tag. Ansonsten, last but not least, Euro gegenüber dem US-Dollar. Long-Position habe ich getriggert. Stop-Loss unter dem S2 momentan liegen. Ich hoffe, dass wir hier auch eine Erholung sehen. Ansonsten, ja, müssen wir erstmal gucken, weil die Long-Position läuft nämlich noch bei uns. Ich glaube, das war hier unten oder so. Irgendwo weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die Long-Position läuft noch. Short-Position, sollte die ausgestoppt werden, werden wir beide Positionen dann auf jeden Fall schließen. Oder vielleicht werde ich die auch eher schon schließen, je nachdem, wie viel Power da jetzt am heutigen Tag drin ist. Sollten wir hier oben schon eine Reaktion kriegen. Bei 1,10 Euro, 1,56 Euro rum. Also hier bei unserem Pivot werde ich die Position vielleicht oben schon wieder schließen auf Plus, Minus, Null. Und wir warten einfach ab, was im Endeffekt der Markt jetzt noch so am heutigen Tag so uns bringt. Ansonsten altcointechnisch relativ alles müde. Wir sehen keine wirklichen Top-Gains. Und wenn wir uns mal die Bitcoin-Market-Cap wieder angucken, nachdem wir hier den Abverkauf auf 57% hatten, sind wir schon wieder bei 58% nach oben hin. Also es ist weiterhin keine Zeit für Altcoins zu... Ja, Altcoin-Season oder Sonstiges. Ihr könnt Altcoins weiterhin kaufen. Dagegen spricht eigentlich nicht wirklich was. Aber eine richtig fette Altcoin-Season. Danach sieht es momentan einfach nicht aus. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und wenn ihr Bock habt, noch BingX abchecken. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann war es das von meiner Seite. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.